And let's rumble! Ich verstehe halt nicht so ganz, weißt du, ich würde halt schreiben, get it real life oder fuck you oder so, aber learn to play ist jetzt bei 150 Shards gegen 400, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig angebracht ist, das zu schreiben. Learn to play von jemand, der verloren hat und nicht einmal was gerissen, learn to play. Oh, okay, die Kleine ist weg und Bako ist Nachtisch. Bako ist Nachtisch? Ja, also ich hebe mir halt das beste immer zum Schluss auf, weißt du? Ja, Bako ist schon gemein manchmal. Bako ist krass? Trotzdem muss die Kleine dran glauben. Ja, die Kleine, die frisst halt gut, ne? Ja. Aber wie werden sie fressen? Wir haben halt übelstes geile Team, ey, ich bin so froh, dass wir dieses Team haben. Ja, mega. Jeder hat Bock auf sein, sein, äh, Char, jeder... Es, es funktioniert halt auch. Naja, aber ich hab auf den Fettsack ja nicht so viel Bock, aber ich hab ihn halt gespielt, weil ich mit ihm gut war, weißt du? Ja. Learn to play! Kack, noob! Und stun! Ich bin, äh, weg, ne, von dir. Scheiße. Stun! Zack! Ich bin durch beide durch. Nice. Bako ist tot. Ja. Und die Schlampe auch. MVP, Leute! Ja, das war deine Runde. Ja. 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 Du zahlst ja nur ein. Aber ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, 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 ja. Du hast es dann. Was? Ein ganz böser Frosch bist du. Ja, böser Frosch bist du. Nee, nee, war von uns beiden einfach echt gut. Ja, mega. Ich denk, das war ne ganz knappe Sache. Ja, was? Learn to play. Bulwark oben. Und stun! Scheiße. Ich springe ihn. Ich springe ihn. Und stun! Wolltest du den stun? Nein. Natürlich nicht. Hau ab! Flieh, solange du noch kannst. Ich bin weg. Mein Ull liegt auf dem Boden. Ist, glaub ich, voll aufgeladen. Oh. Das war sein. Das war mein Ult. Ja. Zack! Das war der Ult. Das war das Ult. Der Ult vom Mädchen. Also, das haben sie echt schon gut gemacht. Also, der Ult, mein Ult wurde unterbrochen. Von ihrem Ult. Äh, nee, ich glaub von Bakko. Hm. Also, einer hat mein Ult unterbrochen. Ja, keine Ahnung. Also, die spielen gut. Ja. Die haben sich jetzt diesmal drauf eingestellt, dass wir sie wollen. Ja. Aber das ändern wir nicht. Ja, das ändern wir nicht. Wir müssen uns nur Geschickte anstellen. Genau. Das wird schon. Auf gut Deutsch. Wir probieren es einfach so, wie wir es können. Ja. Aber wenn nicht, dann haben sie halt gewonnen. Ja. Okay. Ähm. Muss halt gucken. Learn to play. Boah, deine Reichweite. Leck mich am Arsch. Oh oh. Und zack. Stun. Ah, die hat mich in Panik versetzt. Und dann. Shit. Ich war schon wieder in Panik. Und dann auf den Typen. Und dann. Nein, er hat mich. Was? Warte mal, die machen konsequent nur Schaden auf mich. Und du fundest dich nach zwei Minuten, dass ich irgendwann mal droppe. was ich jetzt nicht schenkeliere, die machen mir. Ich bin ganz klar auf mich. Ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher, dass ich mich in der Zeit oder ich jetzt gehe. Nein! Wir müssen überlegen, also pass auf, das Problem ist folgendes, er stellt sich vor die Tussi und sie steht hinten dran und schmeißt die Elixiere nur auf sich und versucht zu überleben. Ich glaube, Baku ist der richtige Ansprechpartner an der Stelle, ich befürchte es leider. Okay, pass auf, folgende Strategie, die ist mir gerade aufgefallen während des Matches, ich kümmere mich wieder um sie. Okay. Äh, versuch Sachen zu machen, währenddessen frisst er ein bisschen Schaden und dann wechseln wir die Strategie auf ihn. Also gut, okay. Learn to play. Okay. Stunt, okay, ich hab ihn gestunt, Digga. Gib ihm. Hau da ab. Hau ab. Ja. Und, ich versuche, den zu stun, weg. Hau ab, hau ab. Nein. Nein. Okay, geht an sie. Das sind ein gutes Team, kann man nix sagen. Zack. Nice. Aber sie lebt noch nur. Du warst ne Sekunde zu sehr, äh. Du warst ne Sekunde zu sehr, äh, inaktiv. Mein Finisher macht so gut wie keinen Schaden. Ups. Ist doch so. Ist dir auch aufgefallen? Mh. Die leben immer weiter danach. Selten, dass ich mal mit meinem Finisher jemanden umbringen konnte. Ja, der Ul von dem Frosch macht nicht so unglaublich viel für Hörnerstunden. Ne, der ist gay. Deswegen, äh, setze ich ihn nur sehr, sehr ungern ein. Ich nutze lieber die Punkte und benutze was anderes, ne? Du musst mal gucken, ob dir Gift, also ich hab immer ganz gerne Giftschwerter benutzt. Die sind, glaube ich, ganz gut. Ja, ja, das benutze ich lieber jetzt als, ähm, ja, mein Finisher. Der Rotz. Der sowieso nix bringt. Okay, Jade und Opa. Oh. Full damage auf Jade, würd ich sagen. Ja. Gute Wahl. Gute Wahl. Ach herrje, Mann. Die waren echt ein gutes Team. Ja. Die haben das gut gemacht, ey. Also, ich hab die ganze Zeit mit den, mit den, mit den, mit den Highline, hab ich denen die ganze Zeit gedacht, das ist überflüssig und so. Aber der hat das echt, die haben das gut gemacht. Der, die haben sich gut gegenseitig gedeckt, ey. Okay, sie wollen auf dich? Ja. Auf den Opa? Ja. Und dann. Mal gucken, wie lange sie noch auf mich drauf wollen. Guck, jetzt haut das schon wieder ab. Kack, noob. Learn to play. Bin ich tot? Ja. Ja. Beide. Ich auch. Und von der Ultimate fertig gemacht. Oh, Mann, ey. Scheiße. Mr. Big Pa. Also, du hast gesehen, der Opa lässt mich nicht in Ruhe. Ich komm gar nicht in DJ. Also, wir müssen noch ein Opa, ja. Ja. Also, wir gucken mal, wie es die Situation jetzt ergibt. Wir versuchen einfach mal auf DJ zu gehen. Aber wenn ich sag Opa, dann. Dein Opa. Ja. Alles gut. Somit sind wir ein bisschen unberechenbar. Die wissen nicht, dass wir wissen. Okay. Wir gehen auf dich, auf der volle Kanne. Und wir müssen auf den Opa. Und dann. Gib ihm. Ja, okay. Ich bin weg. Also, das war zu viel Damage, Digga. Ja. Das war zu viel Damage. Konnte ich nicht halten. Nee. Das ist einfach zu viel Damage. Das kannst du damit halten. Ich nicht. Nee. Wir müssen auf den Opa. Also, die sind richtig gut. Die Kombination ist pervers. Von denen. Ja. Das ist heftig. Ah, ja. Wir müssen auf den Opa. Es geht nicht anders. Wenn der anfängt zu fliehen, dann sieht gut aus. Kacknoob. Learn to play. Schreib das mal. Kacknoob. Und zack. Der Stunt. Der dachte, der könnte Sachen machen. Ups. Ich bin schon wieder auf dich losgegangen. Ja, ist er dein Ernst? Ja, passt schon. Alles cool. Stunt. Okay. Und bam. Ich habe die Jade ein bisschen Sachen gemacht und so. Ja, aber ich bin tot. Hau ab. Stell mich vor dich. Ja. Ja. Und jetzt hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Und dann. Ah, scheiße. Hau ab. Und zack. Das gibt's doch nicht. Hau ab. Hau einfach ab. Ja. Und. Ah, das gibt's doch nicht. nicht. Nee. Krass, Alter. Krass. Das. Was ist los, Alter? Was ist los? Nein. Das gibt's doch nicht. Alter, ernsthaft. Ist das gerade passiert, Flo? Ja, das ist passiert, ja. Der war einfach noch ein Stück besser als ich. Was war das, Alter? Was war das? Ich sollte dir sagen, was das war. Das war einer, der Jade noch ein paar Tage länger gespielt hat als ich. Krass, Alter, krass. So haben sich, so, so fühl, haben sich die anderen, die ich vorhin weggerotzt hat, auch gefühlt, die sind so nutzlos und bedeutungslos. Aber hallo. Alter, war das krass.